Boah, ich hab'n Kürbis, Alter. Hammerfett. Spawnt er hier? Ja, los, los. Ey, hier ist wirklich jemand. Boah, hier ist wirklich jemand, da will mich achsen. Echt? Wo denn? Bei der hinteren Feuerwache. Ja, dann lauf' halt über den Weg zur anderen Feuerwache. Ja, da bin ich. Ich bin am Bahnhof. Oh, oh, oh. Der Feuerwache ist der Große. Ja, soll ich zu euch kommen, ja? Ja, jetzt ruhig ich zu dir. Oh, da schnallert sich. Muss erst mal einen U-Turn machen. Hey. Warte mal, ich mach mal Spezialangriff. Okay, ich hab'n getroffen, der's down. You bitch. Warte, da muss ich meine Sachen auch ablegen. Warum redest du nicht mehr? Hä? Warum redest du nicht mehr? Okay. Okay, los geht's. Ah, das ist gut. Oh, das klingt so wieder! Ok, 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 weiter! Boah, boah, boah! Und wer? Ah, lol! Oh, oh Gott! Help me, help me, help me, help me! Was geht jetzt ab? Rantagier dich! Ja, kann ich nicht, ich muss reinkriechen. Ne, hier! Warte, dann schnapp ich mir doch mal mein Gear noch hier. Unconscious! Nein! Störbrucksack! Ok, come on, come on, come on! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Ja, nein... Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh... Okay, ready? Go! Okay, Bandit's you! Okay, come on, come on! Wow, nice! One hit! Warte mal, warte mal, warte mal! Hier ist ein Spieler bei mir! Spieler vor mir! Hey, Dude! Hey! Ja, ne Mosin! Ja? Ja! Pass auf, Raphael! Pass auf, der schießt! Pass auf, Raphael! Da holt dich! Geh weg! Oh! Meine Fresse! Was? Du hast ihn getroffen, du hast ihn getroffen! Der hat Beine gebrochen! Der ist down! Sehr gut! Bitch! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Full Equipped! Guck mal unten raus! Direkt unten! Vor uns! Ja! Schießen? Warte noch nicht! Warte, jetzt! Ich hab kein Schussfeld mehr! Ich hab kein Schussfeld mehr! Scheiße! Zwei! Eins! Einer ist down! Den hab ich auch getroffen! Scheiße! Ich hab doch vorgeschossen! Das ist kein Ding! Also, einen hab ich angehittet! Oh, Kmelch! Gut gesehen, Alter! Sehr gut! Danke! Wo bist du? Woah! Hast du geschossen? Ja! Du hast ihn getroffen, hm? Ja! Ich komm hier! Bist du das? Das bist nicht du! Nee, nee! Nicht dich! Woah! Ich hab gedacht, bist du? Nee, 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 nee! Haha! Ich stand hinter dem! Oh Gott, oh Gott! Ich hab ihn einmal getroffen an dem Bauch und dann bin ich weggerannt schnell! Hm? Ich blute! Kommst du kurz? Ein Zombie kommt hoch! Ja! Oh Gott, du kommst nicht durch, ja? Doch! Woah! Alter! Holy Shit! Shit! Ey, wie viel hält'n der aus? Das ist der Bimbo! Vorsicht! Da war noch jemand! Oh, der ist auch down! Der ist auch down! Die haben sich welche eingeloggt, glaub ich! Ja, vielleicht waren die das sogar! Lädt nach! Lädt nach! Mach keinen Scheiß! Komm, ich komm, ich durch! Ich will ja, ich will ja rushen! Puh! Alter! Nimm ich noch auf? Ich weiß es nicht! Ich hab auch erstmal nicht geschossen, weil, äh... Boah, der hätte mich locker wegholen können, ey! Ich hab's wieder zu spät gerasht, äh, gerafft! Einmal eine, äh... Wie heißen die? Okay, es hängt grad hier irgendwie! Ja, ich kann auch nichts looten, ja! Ich hab halt kein Zeichen oder so! Server down? Ach, komm! Nee, wirklich? Ja! 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 Ist... ist der Door auf? Da kann ich nochmal gucken, hier! Nee, alle zu! Scheiße, ey! Wie komm ich... Kann ich jetzt gucken, wo hier jemand ist? Der ist noch ein Mosem mit Long Range! Boah, wir konnten nicht mal die Namen checken! Hm... Boah, der hätte mich so weggeholt, ey! Ja, weil die auch beide hier drin waren und die... wussten nicht jetzt wahrscheinlich, wo sie selber aufstehen, oder? Keine Ahnung! Die hatten Angst, sich selber zu erschießen! Oder keine Ahnung, was sie vom Problem hatten! Einfach nur ein riesen Leck noch! Warten wir mal noch ein bisschen! Eine Ewigkeit später! Ah, beweg dich mal kurz! Kannst du dich bewegen? Ach, ja, nee! Lass es noch dauernd! Du stehst bei mir hier irgendwie! Ah, okay! Drei Tage später! Uuuuh! Das war nicht so praktisch! Ich hab grad meinen Trommel meckleer geschossen! Shit, war der equipped? Ja, der war equipped! Der hat noch keine Waffe gezogen! Der hat noch nie zu! Wollen wir mal reden, oder so? Der hat Nubis getötet! On the ground! On the ground! Oh, er liegen hier viele Leichen! Was are you doing? Don't kill Nubis! Motherfucker! Naja, hier liegen nicht nur Nubis! Hast du Handschellen? Ja, hab ich! Fessel den mal! Guck grad zu, ich denk, wer hockt denn da, ey! Der war am Looten, weißt du? Noch irgendwas? Bitch! Jaaa! Wolltet ihr den nicht fesseln, oder so? Die sind alle equipped hier, Junge! Ja, ich sag dir auch! Quitsch, was machst du? Ich versuche es gerade hinzukriegen! Ich versuche es gerade hinzukriegen! Lebt der denn noch? Ganz gut oder so was? Ja, ja, der lebt noch! Okay, ich verbinde ihn! Ich weiß nicht! Du brauchst einfach nur die Handschellen in die Hände zu ziehen! Und dann? Attacke jetzt, Mann! Der wird gleich wieder wach! Wenn der wach wird, schieße ich den in den Kopf! Okay! Fresh Dumbledore ist das! Ich ziehe alles daneben! Sieht irgendwie noch nicht gefesselt aus! Der hat einen 10er-Slot, ähm, SKS, ne? So ein Schnelllader! Ja, nehm ich mir! Die 18 Schuss unten kannst du dir auch nehmen! Die sind ruiniert, aber die kannst du ja... Ist er tot? Mit dem ist alles ruiniert! Ist er geragged old, oder was? Ja, sah so aus! Ah, der ist down, der ist down! Ich bin jetzt am zweiten Brunnenhaus! Mhm! Oh, der ist einer! Ja, oh, oh! Der geht, der geht zu der Leiche! Der ist bei der Leiche! Warte! Oh, scheiße! Der ist wieder weg, das sind zwei! Hä? Hä? Der geht schon in der... Ist das ein Hacker? Ne, ne! Ah, ich glaub der hat irgendwas kurz gemacht! Nein! Oh, der ist jetzt ganz sehr kurz, ich weiß nicht! Wo er so schnell looten kann, wie der gerade! Ne, ne, ne! Der Radius von 5 Meter ist Todeszone! Oh mein Leiche! Ja, ich fahre damit... Jetzt fahre damit weg! Weg mit dem LKW! Ah! Die haben versucht zu heiden ganz schnell! Aber es ging nicht, glaub ich! Weil die liegt immer noch da! Die würde jetzt so sofort verschwinden! Ich bin jetzt an der Tankstelle! Oh, hier neben uns ist ein Schniper! Hä? Der ist tot! Perfekt! Im Ghillie! Oh, direkt da rutscht er runter! Ich weiß nicht, ob der uns gesehen hat! Der rennt nach hinten raus! Weg! Vollgear! Grün angezogen! Handling Backpack! Wow, wow, wow! Lebst du noch? Ja, ich leb noch! Ich komm, ich komm, ich komm! Oh, was hab ich denn nicht getroffen? Oh, schießt! Lauf, 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 lauf! Runter, runter! Komm, ich komm, ich komm! Der hat mich doch nur gesehen mit dem fucking Zombie, ey! Wo bist du? Ich bin... Müsste gleich neben den sein, irgendwo! Ich bin beim Hexenhaus! Der läuft hinter mir her! Hier! Ich bin am Hexenhaus! Der ist jetzt vorm Hexenhaus! Oh ja, oh ja, oh ja! Hast du, siehst du? Ja, ja, der ist hier! Ja, ja, der ist hier! Ich weiß nicht, ob ich ihn getroffen hab! Getroffen? Ich bin tot! Ich hab ihn einmal getroffen! WTF, Alter! Okay! Olaf ist auf geheimer Mission! Und wo ist der hier? Ahem! Mosin-Schütze in Elektro! Da greif ich mir mal mein... ...mein Gerät hier auf meinem Rücken! Und dann gucken wir mal, wo die herkommen! Olaf wird euch alle töten. Oh oh, Zombie-Agro nicht auf Olaf, sondern auf anderen Olaf. Wo ist Zombie-Agro? Auf wen? Ah, Zombie-Agro auf full-equipten Typen. Oh, ich bin tot. Olaf ist tot. Es sind viele. Die haben ein Feld angelegt oder so. Ach, das sind die Leute, die ich getroffen habe. Oh Gott, hier mitten bei der Factory oder was war das? Ja. Ja, ja. Vielleicht können die mich töten. Könnt ihr mal sagen. Oh Gott, was geht denn da? Könnt ihr mal sagen, dass die zu doof sind in Typen umzugehen? Ja. Boah, das sind ziemlich viele. Ist die nicht wenig oder so? Ja, das waren vier. Hallo. Hallo. Ein Nubi, irgendwie als Sklazer. Hey, do you always want to be a farmer? Äh. Ah, das sind halt Engländer, ne? Ja. Ja. Right. What's going on here? Black dry bug guy? Oh ja, thanks. Can you kill me? Ja, ja. Wauw. Wauw. Wauwe. Wauw. Wauw. Wir wollen die roten Schweben da rumgraben, ne? Häh. Den hat auch so eine Wachentfarnung, ne? Also, ich bin der Manager. Ja, ich bin B Hughardti. Ist stone, ist stone, ist stone. Dann müssen die Leute machen, was sie tun müssen, um die produktivität zu erreichen, das wir erwarten. All right? So. Hier beim roten Haus Da rennt direkt an mir vorbei Da rennt direkt, da steht direkt vor mir Einfach so auf der Straße gerade Rennt jetzt an mir vorbei Da hinten ist noch jemand am Krankenhaus Das bist doch du Pass auf, pass auf, pass auf, das ist der Der vor dir ist Der zielt auf dich Bleib mal stehen, bleib stehen Ne, ne, beweg dich ein bisschen, beweg dich ein bisschen Ah, ihr wollt in one shot tot, der ist tot, der ist tot You bitch Ach so, warum hab ich das nicht zugehört, hä, what the fuck? Ich wollte dich gerade abschießen Ach so, warum hab ich das nicht zugehört, hä, bisschen, beweg dich ARD Text im Auftrag von Funk